Das ist Kurt und das ist Knut. Kurt und Knut sind gleich alt und sie sind gleich intelligent. Ihre Intelligenz haben sie geerbt. Sie steckt in ihren Genen. Über 1000 Intelligenz-Gener hat die Wissenschaft bereits entdeckt. Doch vermutlich gibt es viel mehr. Werden Kurt und Knut sich also ähnlich entwickeln? In der Schule, im Beruf, im Leben? Im Alter von 3 Jahren machen Kurt und Knut einen IQ-Test für Kleinkinder. Knut schneidet besser ab als Kurt. Warum? Knuts Eltern nehmen sich viel Zeit, spielen und reden mit ihm. So fördern sie sein logisches Denken und das räumliche Begreifen. Für Kurz' Eltern dagegen beschäftigen sich lieber mit ihren Smartphones und lassen ihn alleine spielen. Knut ist in diesem Alter intelligenter. Die Gene sind nur die Basis. Sie brauchen die reale Welt, um sich zu entfalten. Das Ausmaß, in dem die Gene oder die Umwelt der Menschen die Intelligenz beeinflussen, wurde in Studien mit Zwillingen erforscht. Zwillinge haben ähnlichere IQs als andere Geschwister. Wenn sie in unterschiedlichen Umgebungen aufwachsen, nimmt aber auch bei Zwillingen die Ähnlichkeit ab. Das zeigt, wie sehr die Umwelt den IQ beeinflusst. Bei einem IQ-Test im Alter von 10 Jahren hat Kurt Knut überholt. Denn in Kurz' Schule werden die Kinder individueller gefördert. Während bei Knut ein starrer Lehrplan durchgezogen wird, die Interessen und Fähigkeiten der Kinder wenig beachtet werden. Die Umwelt kann die Entwicklung der Intelligenz also auch behindern. Spätestens bei der Berufsausbildung folgen Knut und Kurt dann immer mehr ihren Veranlagungen. Der Einfluss der Gene auf ihre Intelligenz nimmt im Laufe des Lebens zu. Mit 50 treffen sich die beiden wieder. Kurt ist Arzt, Knut Möbelschreiner. Jeder ist seinen Veranlagungen gefolgt. Ihre Intelligenz ist ein Produkt aus Vererbung und den Einflüssen ihrer Umwelt.